Endlich geht es los, endlich fängt es an. Wir laden euch ganz herzlich ein, singt mit und klatscht und freut euch dran. Mein Name ist Uwe Lahl und ich gestalte Kinderkonzert. Mit diesem Video möchte ich Ihnen ganz gerne meine Wir sind stark Mitmach- und Mutmach-Konzertprogramme vorstellen. Die sind geeignet für den großen Rahmen, für die Stadthallen, Bühne zum Beispiel, aber auch für den ganz kleinen Rahmen, zum Beispiel für den Mehrzweckraum im Kindergarten, gerne auch Open-Air oder in einer Kirche, also die Einsatzmöglichkeiten sind viele. Dieses Programm ist ein Mitmach- und Mutmach-Konzertprogramm und richtet sich an Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren und ich stelle mich dann jeweils auf das Alter der Kinder ein. Mitmachen ist mir dabei ganz wichtig, das heißt, die Kinder sind eigentlich ganz oft in Bewegung, meistens am Platz, aber manchmal auch zum Beispiel durch eine Polonaise im Raum oder auch dass einzelne Kinder auf der Bühne vorne das Geschehen mitgestalten, zum Beispiel indem sie Seifenblasen machen dürfen oder was ganz oft vorkommt, dass beim letzten ledig alle Kinder, die sich trauen, nach vorne hole, damit sie mit mir gemeinsam das Lied Wir sind Wunderkinder als Abfluss singen können. Mut machen ist ein weiterer ganz wichtiger Aspekt dieser Konzerte. Ich möchte den Kindern zeigen, dass sie etwas Besonderes sind, dass sie etwas können, dass sie wunderbare Geschöpfe sind, die so talentiert sind und sich freuen dürfen, dass sie so viel schon können und bestimmt noch vieles lernen werden, dass sie aber auch nicht alles können müssen. Neben dem Mut machen und dem Mitmachen geht es mir vor allen Dingen auch um Fantasie. Es gibt fantasieanregende Requisiten, vor allen Dingen Schatzkissen, aus denen all die Zutaten für das nächste Lied dann herauskommen und die machen Kinder schon ganz schön neugierig. Ein Bühnenhintergrundvorhang, den ich mitbringe, ergänzt das Ganze, dass es auch optisch ganz ansprechend aussieht. Alles, was technisch nötig ist, bringe ich auch mit, sprich die Technik, die Tontechnik und die Dekoration und so weiter. Dieses Programm gibt es in zwei Versionen, das eine für den neutralen Bereich, zum Beispiel für städtische Kindergärten, für Schulen, für Kulturämter und so weiter und das andere für den kirchlichen Bereich. Bei Konzerten in Kirchen und bei kirchlichen Veranstaltern ist ein gutes Drittel dieser Mitmach- und Mutmachlieder, biblische Mitmach- und Mutmachlieder, die sind genauso lebendig wie die anderen Lieder auch, genauso viel Action, genauso viel Fantasieanregendes wie bei den anderen auch. Nur geht es dabei um biblische Inhalte. Mein Motto dabei, fröhlich sein und das Evangelium bis in die Fingerspitzen bringen. Vielleicht interessieren Sie sich ja über mehrere Informationen, dann gehen Sie auf www.hubelal.de. Dort finden Sie ganz unten auf der Seite das Kontaktformular. Dort können Sie ein unverbindliches Angebot und weitere Informationen anfordern. Ich würde mich freuen, wenn ich bei Ihnen einmal zu Gast sein dürfte.